Ich bin ein Leuchtturmwärter. Meine Mutter eine Königin. Aber das Leben bringt irgendwie alles zusammen. Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen. Seht euch das an! Arthur redet mit den Fischen! Nein! Lass mich los! Durch sie bin ich, was ich bin. Erlaubnis, an Bord zu kommen? Ich hab dich gesucht. Dein Halbbruder, König Orm, ist dem Begriff der Oberwelt, den Krieg zu erklären. Um diesen Krieg zu verhindern, musst du deinen rechtmäßigen Platz als König einnehmen. Glaub mir, ich bin kein König. Du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst. Als Aufmunterungsversuch völlig daneben. Schnall dich lieber an. Wir kommen zu Hause. Das ist heftig! Mein Bruder kommt aus der Oberwelt. Wir den Ton steinig zu machen! Ich nenn's nen Arschtetze. Ich bin kein Anführer. Ich bin gekommen, weil ich keine Wahl habe. Um meine Heimat zu lenden. Und alle, die ich liebe. Du denkst, du wirst als Anführer unwürdig, weil du aus zwei Welten kommst. Doch genau deshalb bist du es. Das war der Wahnsinn! Der Oberwelt steht Krieg bevor. Und ich bringe den Zorn der sieben Weltmeere mit mir. Wir sind da. Warte, warte! Was hast du vor? Hey! Sie haben keinen Zweischirn! Roterlänge! Die muss man lieben! Nein! 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 Nein!